Also meine aufgeladenen Angriffe machen wenigstens noch so 2200 oder sind das meine oder sind das Glows? Ich glaube das sind meine Hits und nicht Glows. Ach, das Ding zum Hochfliegen ist schon weg. Ja, ist gar kein Problem. Ich bin ein Ausweichgott. Ihr kennt... Das ist ein Ausweichgott, absolut. Vielleicht soll ich ihn doch wieder schon nie mitnehmen.